Wir spielen immer noch Muu-Komplex, noch ungefähr eine Viertelstunde oder so, bevor es weitergeht mit CityScore. Und ja, der Chat hat gesagt, oder ihr habt gesagt... Es haben viele Leute was Falsches gesagt. Also auf jeden Fall ist es schon mal nicht Honey... Und auch nicht Money Boy. Es ist nicht Dagi Bee, wobei ich sehr lachen musste. Ich glaube, es ist Honey Bear, ne? Es ist Honey Bear, ja. Glaube ich auch. Jemand hat geschrieben, in der Welcome Message steht der Hint. Aber ich weiß nicht, was die Welcome Message... So, wir gucken erst mal die anderen Sachen an, würde ich sagen. Wir wissen ja nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Ja, aber generell... Vielleicht ist das ein Passwort für irgendwas. Weiß es ja. It might be... No! No! Not quit! No! I'm not sure! So, wir gucken mal, was der Report so sagt. Oh! You will find lots of information in the complex... Hast du noch was gedrückt? Nein! Although most of it is not important. Don't waste your time on those. Okay, danke. Danke dir. Du bist echt die Beste. Ich liebe dich. Das war gut, ey. Das war richtig gut. Also das Report einfach Quatsch, oder was? Ja, das ist Müll. Müll hat sie gesagt. Optimize and progress, male. Compress. Oh, compress and progress. Oh, compress and progress. Oh, compress and progress. Okay. Okay. Ach so, okay. Haben wir denn auch irgendwie, ähm, noch andere Sachen, wie so eine Kamera oder sowas? Nee, ne? Ja, können wir mal gleich gucken. Lass uns mal die zweite Mail noch eben gucken. Nee, die beiden anderen. Weil er sagt jetzt... Oh, Mann. In der einen Mail, ja, ja. Okay. Okay, meine Frau ist vor kurzem gestorben. Also nicht meine, aber die von Fred Morgan. Und was geht noch in der zweiten Mail? Was kümmern uns die Frau von Fred Morgan, ne? Ja, echt? So ein Loser hat nicht mal ein Passwort aus dem... Ah, doch, hatte er, ja. Ah, okay. Okay. Ja, ist... Äh, noch ne, noch ne Beileid. Ja. Okay. Dann lass uns mal gucken, ob wir irgendwie Kamera oder sonst irgendwas haben. Unlock. Map. Ah, Unlock. Ja, brauche ich aber ein Passwort. Honeyboney? Honeybear? Honeybear. Schade. Hätte ja klappen können. So, aber... Was haben wir denn jetzt schon wieder übersehen, Gunnar? Ey. Wie dumm. Ich will den Scrollwolken haben, aber ich kann das nicht außerhalb des Fensters bewegen. Was haben wir übersehen, Gunnar? Also wir haben alle Files durchgeguckt. Haha, guck mal, ich ärgere dich. Nein, ich höre auf. Ähm. Was haben wir... Wir haben alle Mails durchgelesen. Es gibt nicht mehr Files. Wir haben uns das Foto angesehen. Was sagst du? Was hat sie gesagt? Kann ich nicht nochmal wiederholen, aber ich weiß, da war ja nichts Wichtiges. Okay. Was? Jetzt labern mal nicht alle. Was wollt ihr? Was ist los? Ey, ich mach das jetzt aus. Nein, dann kann Bell uns nicht zusammen. Ja, aber ey, dann wir wollen doch hier spielen. Mann, du. Wieso? Geh doch mal auf die Files. In die Files haben wir alle geguckt, ne? Ja. Hast du nichts... Da waren die drei E-Mails und dieses Foto. Forever my Honey Bear. Das ist ein B, E, A und das wird ja wohl ein R sein, ne? Aber ist das die Lösung? Er sagt ja einfach nur, dass die E-Mails, dass die Fotos kaputt sind durch diesen Kompressor, der seine E-Mails verkleinert hat. Ja, und seine Frau ist gestorben. Vielleicht ist das Passwort die Frau. Oh. Wie hieß denn die Frau? Weiß ich nicht. Ich guck's hier. Achso, ne, da stand's nicht drin. Vielleicht steht's in der Mail. I'm too stupid to use this function. I'm too stupid. Ne. Also Morgan heißt auf jeden Fall der Typie. Ja, Fred Morgan. Ja, und seine Frau. Schütte piepen. Ah. Achso, ne, hinz wollen wir nicht. Ey, warum nicht? Komm. Ja? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Na gut, dann los. Hm. Okay. Dann was auf dem, auf dem Foto. Vielleicht Honeybear auseinandergeschrieben, weil er auch... Gino! Hey, Gino. Hallo. Du kannst mal herkommen, ich muss mich massieren. Ich hab voll den verspannten... Ähm, geh mach mal Honeybear auseinandergeschrieben. Geht's als Passwort? Ne, ich glaub... Ja, ich kann's ausprobieren, aber ich glaub eher nicht. Achso, ich trottel. Incorrect password. Ich guck mal. Hilf uns mal. Oh, geil, meinst du das ernst? Aha. Aua. 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 Gunnar, du machst... Aua. Der kleine Gino ist da, ist das nicht schön. Ja, der hat mich gestern einfach fertig gemacht. Ja, Gunnar und Max und ich mir regelmäßig und spontan. Ja. Ich jeden... Jedes Mal. So, wir lösen grad hier so ein Rätsel. Ja. Guck mal, kannst du sehen, was da steht in der zweiten Zeile? Forever my... Forever my... Honey? H, ne? H-O. H-O. Ernsthaft? Honey, das erste Wort ist Honey, das wissen wir schon. Achso. Honeybear. Bär? Das wird doch Honey... Ah, also auf jeden Fall, das ist der letzte... Das war der letzte... Ja. So seht ihr, das ist nicht richtig. Ah, nee, Honey Gino, sagt jemand. Honey Gino, nice. Das zweite könnte auch ein S sein. Aber sie sagt doch selber, dass... Das Passwort... Guckt nach was anderem noch. Aber nach was anderem denn? Kleid oder was? Oh Gott. Forever vielleicht? Dann ist es aber auch wieder der rote Lipstick. Ja, und das Herz, keine Ahnung, hart. Und kein Honey Beer. Und Chad weiß auch nichts. Nee, die... Die unterhalten sich nur mit Marco. Uns hilft keiner mehr. Ja, Marco nervt ein bisschen. Marco nervt richtig, ey. Ähm... Versuch doch nochmal Forever. Ja. Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn machen? Wir haben es jetzt verstanden, dass es falsche Fährte ist. Ähm... Und wenn wir nochmal Hint eingeben... Dann steht da das gleiche nochmal. Versteht ihr? Hier ist das, was ich habe über dieses Computer. No more information for this computer can be processed. Vielleicht können wir das Licht können wir nicht ändern, ne? Nein, das Licht von dem Foto. Ja, gar nicht. Oder umdrehen. Ihr müsst jetzt ein Wort eingeben. Das Foto umdrehen oder so. Machen wir nochmal die Map an. Vielleicht hat die Frau ja auch hier gearbeitet. Und hat gleich irgendwie einen Morgen... Ja. Nee, heißt auch keiner Morgen, ne? Aber weißt du, was wir mal machen können? Wir können auch mal zurückgehen und mal versuchen, auf die andere Seite rüber zu gehen, oder? Bevor wir... Ach nee, Quatsch. Das ist Bullshit. Das Foto ist der Hinweis. Weil... Lia sagt ja selber. Nur der rote Lippenstift, ne? Oh nein, Marco. Da folgt Diva, ey. Wir sind nicht Diva. Hier, trink erstmal eine Raketenpause. Oh. Hey. Nicht jetzt, aber nicht. Dankeschön. Da ist nur leckeres Sachen drin. Das muss das Foto sein. Okay, vielleicht... Wo ist denn das Foto? Wo ist das? Halleluja, Gino. Zur Hölle. Wo ist denn das Foto aufgenommen, weißt du? Ist das vielleicht in der Stadt, die man kennt, oder so? Das sieht aus wie eine Baustelle, oder sowas. Guck mal. Oder? Oder ist das die Hochzeit von denen, und das... Ja, aber sein Passwort wird wohl kaum irgendwie... Nee, wird's nicht, aber vielleicht, ähm... Ja, weiß man ja auch nicht. Von welchem Tag ist das, oder sowas. Weiß ich nicht, du. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ehrlich gesagt. Das ist entspannend. So. Aber weiß es im Chat echt niemand? Nee. Honey Sweet? Nein, das... Also, Honey ist schon... Er heißt Honeybär, das sieht man ja. Also, das heißt auch nicht Honeymoon, Honeyweed und so. Was genau müsst ihr jetzt rausfinden? Wir müssen das Passwort von dem Typen rausfinden. Wir müssen Passwort kriegen. Von dem Typen DM da. Und seine Frau ist gestorben. Und irgendwo steht da... Ist es ein Bild? Und das ist ein Bild auf seinem Rechner. Und Lia, dieser Computerroboter-Schutzmechanismus von dem ganzen System, sagt uns, dass der Lippenstift eine falsche Fährte ist. Wir sollen was anderes auf dem Foto suchen. Clara? What the fuck? Hat der Chat geschrieben? Ich weiß nicht, woher... Ja, aber wo kam... Clara? Hä? Wo stand jetzt, dass sie Clara heißt? Weiß ich nicht. Wieso Clara? Chat? Jetzt schreiben sie alle Clara. Ja, ja. Wer war das? Das muss ein Genie gewesen sein. Das war ein Genie. Wahrscheinlich hat er einfach gegoogelt. Kann auch sein. Miriam, was hast du? Warum guckst du jede zwei Sekunden hier rein und wunderst dich? Clara, 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 ja. Der Erste, der es geschrieben hat, war... Woher ich das hab? Intergalactic Bad Boy. Ja, das ist halt ein richtiger Bad Boy. Aber wo er das her hat, weiß ich auch nicht. Ja, wir haben jetzt eben nur noch zwei Minuten und ich würde einfach vorschlagen, wir versuchen nochmal herauszufinden, wo wir Clara hätten finden können. Wahrscheinlich in der ersten... In der ersten Mail vielleicht? Also in der ersten Nachricht? Wir gucken noch einmal dieses Ding an. Oh Gott. Aua. Ne, das ist einfach nur die Info zu der E-Mail gewesen. Was war denn das erste Audio-Ding? Was kam, als wir auf den Computer gekommen sind? Das weiß ich nicht mehr. Give me a help. Last. Achso, stimmt. Äh, M-O-T-D. Ne, gibt's das nicht mehr? M-O-T-D. Your wife... Oh, nee. Was charming? Aua. Da steht aber auch nicht. Da steht auch nichts. Komisch. Ich weiß es nicht. Naja, ich würde gerne wissen, wo Clara... Woher? Max ist wieder auf Krawall gebürstet. Mann, und dabei habe ich tatsächlich heute Snickers voll gegessen. Wirklich? Ich lüge nicht. Steht unten links in schwarz-grau. Aber wie hätten wir darauf kommen können? Wo? Wahrscheinlich... Ja, wir wissen, dass... Wo steht es denn unten links in schwarz-grau? Wie geht das denn jetzt weiter? Wie übergeben wir dann zu Cities? Machen wir noch eine Werbung? Oder was machen wir jetzt? Ah, guck mal. Ganz, ganz, ganz. Siehst du das? Ach, tatsächlich, ja, stimmt. Geh mal mit der Maus hin. Da. Ja, aber warum konnte man es gerade so schlecht sehen? Das kann man auch fast nicht lesen, ey. Boah. Aber ganz ehrlich, liegt das auch ein bisschen am Winkel von dem Fernseher, ne? Wenn es hier unten hinzieht, sieht man es besser. Eieieiei, alles klar. Bell, wie geht es denn jetzt weiter hier? Verabschieden wir uns einfach? Ja. Vielleicht spielen wir es ja nochmal weiter, magst du irgendwann? Ja, nur vielleicht nicht wieder so ein riesen Zeitspann in dazwischen. Wollen wir vielleicht mal zu Michael gehen? Das ist doch ein gutes Spiel, ne? Ja, ist ganz witzig. Und ich glaube, wir sind auch nicht mehr so mega weit vom... Ah doch, es gibt noch Episode 3. Nee, oder? Ah, nee, das war ein Credits. Du hast recht. Naja, auf jeden Fall... Wir holen uns nochmal einen Slot für nächste Woche. Genau, jetzt geht es weiter mit City Skylines. Und zwar mit Steffen und Nasti. Und zwar gucken die sich eure Städte an. Und auf der Webseite ist auch mittlerweile die Mediathek ein wenig gefüllt. Echt? Und mit ein wenig Videos. Oh, da gucke ich auch mal rein. Genau. Drückt mal STRG R auf der Mediathek. Machen wir doch gerade. Was ist denn heute los hier, ey? Tschüss. 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 Vielen Dank.